herzlich willkommen zum unboxing dieses mal geht es um eine damenhalskette in sterling silber vergoldet das ist also auch ein schönes geschenk für eure freundin die wird sich auch darüber freuen die auf jeden fall ganz schön schick aus wegen habe ich mir die bestellt auch hier wieder so ein reinigungstuch dabei und die haben wir die kette die sterling silber das ist dann das was eine halskette sein soll die ist irgendwie ziemlich klein im umfang extremst klein also aber eine schöne kette ich zeige es euch jetzt mal hier und die dame darf auf jeden fall keinen dicken hals haben soviel schützfest ja es ist eine sehr hübsche kette finde ich bin bereit sagen jetzt leider nichts sagen weil der preis steht es absolut nicht verfügbar das war glaube ich auch von dem dreh ich glaube 30 40 euro bin ich ganz sicher